Ey du Gäule! Kürbens muss halt, ey! So hier, erstes Stimmturm. Was ist heute? 33. Spieltag? Halbzeit? Ja, alles super hier! Alles super! Nein, alles total scheiße! Dortmund hat einen Elfmeter gehabt und hat verschossen. Und das ist scheiße! Und Bayern-Mitmeister ist auch scheiße! Dabei laufen wir uns für Dortmund. Leverkusen liegt zurück gegen Hertha 1-0, Schalte Bremen um 0-0 und Dortmund verschießt einen Elfmeter. Das kann nicht sein, ey! Nur eine Scheiße! Aber war gerechtfertigt der Elfmeter? Der Peter sagt ja kein Elfmeter. Aber scheiße, ja! Und da ist es okay, dass wir es geschossen haben. Ist es okay? Ja! Ey! Nur weil du den neuen Stryk-Riesbund bist hier. Hallo? Bayern wird doch schon Meister. Was willst du denn mehr? Und nicht Schalke? Bayern muss Meister werden. Bei Schalke? Wir müssen dieses Jahr 52 Jahre Schalke kein deutscher Meister. Das werden wir auch machen. Ja, sieht ganz danach aus. Ja! Aber Dortmund wird auch nicht Meister. Scheiße, egal! Dortmund ist der Held in den Knochen. Der Knochen, 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 der Knochen. Ja, das ist ja eine Meisterschaft hier. Wer feiert heute die Meisterschaft? Ja, ich feiere heute die Meisterschaft. Du auch? Du feierst heute auch die Meisterschaft? Ich feiere heute auf jeden Fall die Meisterschaft. Der Megafark hier bei euch. Okay, perfekt. Wie hast du es 2-0 gesehen? War es super rausgespielt, oder? Ja, 2-0 war ein fantastisches Tor. Ja, den ersten hat er ja ein bisschen reingepunkst, würde ich mal sagen. Ja, super. Ribery ist wieder der Halte, trotz Sexskandal. Ja, gerade deswegen. Gerade deswegen. Sechs tut gut, ne? Sechs ohne Liebe. Ja, so sind die Franzosen. Die Halbzeitanalyse. Bitteschön, stimmen Sie im Spiel. Für ein 2-0, du los. Schalke muss jetzt noch verlieren. Wie war Meisterschaft? Sind Spaß daran. 2-0 war ein geiles Tor? Sehr geil. Ribery ist wieder der Halte. Du auch zufrieden im Spiel? Hervorragend. 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 Nächste Woche Punkt in Berlin ist der Meister. Stimmen zum Spiel. Stimmen zum Spiel. Welches Spiel denn? Zu eurem. Schalke war besser. Ja? Definitiv. Also mein Spiel ist Borussia Dortmund gegen Wolfsburg. Und nur wie ich sah ihn hat, er ist Meter verschossen. Von daher bin ich sehr unzufrieden gerade. Scheiße, ne? Der wird Meister. Moment, Bayern. Ich denke, die Bayern machen das nicht. Stimmen zum Spiel. Stimmen zum Spiel. Stimmen zum Spiel. Ja, Schalke spielt noch ein bisschen schlecht, aber in seiner Halbzeit kommen sie noch. Ganz klar. Die Meisterschaft ist heute noch nicht gegessen. Wer wird Meister deiner Meinung nach? Bayern, ja. Aber heute noch nicht. Okay. Schalke schießt noch zwei Tore noch. Stimmen zum Spiel. Stimmen zum Spiel. Ne, äh, ne. Spiele sind nicht für uns. Stimmen zum Spiel. Ne, äh. Stimmen zum Spiel. Ne, äh. Stimmen zum Spiel. Was? Stimmen zum Spiel. Stimmen zum Spiel. Die Stimmung. Ja. Solange Bayern gewinnt. Solange Bayern gewinnt. Und die Mainzer. Die Mainzer vorne Frankfurt. In der Bayern steht. Alles klar. Alles klar. क Mean. Gee ley. Double two. Did you really. Shout out to Chelsea. Some Jessie. Did you. My boyfriend. My boyfriend. Why? através . Alright. What do you need?